So, weiter geht's. Jetzt haben wir den die schönen V-Autos. Bei dem mit. Sind da zwei Rennen wieder mal. Oh mein Gott ey. Oh mein Gott. Warte, jetzt wieder ranzukommen. Nee. So, jetzt werden wir jetzt mit dem Feld dran. Ich komm nicht dran, ich komm nicht vorbei. Jetzt wollte ich mich in die Möglichkeit auf einmal hinzugreifen, haut er mich weg ins Gras. Dann muss ich so weit, dass ich schon vorbeikomme, ne? Jetzt muss ich meine Kollegen mal außen. Ja, da sind wir abgeschossen worden. So, jetzt war ich da ein bisschen mit Krieg, dann fasst du mal vorbei. Okay. Mein Gott, Alter. Ja. 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 Ja, genau. Wenn ich ihn ramme, dann ist hier irgendwas. Nicht die Strafe, aber ja nicht. So, da bin ich jetzt wieder voll dabei. Montag. So, das ist alles vorbei. blick auf k5 ich hätte gleich auf h6 das nächste auto quasi da bin ich bei der außen vorbei kollege Ich bin sechster momentan nur, schwierig, das Ding zu gewinnen. Geh mal weg von mir, Mann. So weit wie möglich, ich gehe nach vorne mit dem Auto. Das ist zu weit, oder? Ja. Nee, warte, 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 warte. So, sonst ist die Pfeilung, ich gehe nach vorne. So, den habe ich mir noch kassiert. Das heißt, es ist nur noch wie das Ding nach Hause fahren. So. 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 Ja, komm was. so nix zu letzteren ja es geht in die alles entscheidende letzte runde christmas denkst du gerade ich lasse mich hier um überholen ich möchte nicht von euch beiden erstmals habe ich verloren aber ich bin und ich habe schon von der nase weg die lage wieder so jetzt habe ich meine spitze wieder vor mir so ich habe es ich 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 der hat es aber echt nicht wieder heute ich möchte nur in seiner nähe bin wirklich weggeschossen aber jetzt ist er als letzter kam er zu geschlagen Okay, das ist jetzt deine Platzierung nach Runde 1. Lass uns etwas vorrücken. Versuch uns, ja. So, vorne dann, 12 Tides. Nein, nicht mehr. Mann. Ja, hat auf jeden Fall keinen Bock, dass er sich nicht vorbeigeht. Gut, ich bin ja auch nicht. Jetzt die Runde, komm. Das ist die letzte Runde. Lass uns etwas an Boden gut machen. So, ich jetzt gerade. Schön, ich bin auf die Bremse und vorbei. So, ich will jetzt ein bisschen damit, Schutze kommen. Also, ein bisschen auf die Bremse bitte, Kollege, damit ich mal vorbeikomme. Dankeschön. Jetzt eigentlich mit dem Vorschriften vorne. Gut, dann geht es mir später zu kommen. Dann geht es mir später zu kommen. Dann geht es mir später zu kommen. Und geschafft. So. So. Gut, die Serie auch durch. Die wurde immer noch dritter. Jawohl. Gut, dann sind wir auch mit der Woche durch. Und nächste Woche sehen wir uns dann mit dem Time Attack Ding hier. Ich glaube, es ist mir ist mir nicht gerade. Und da, wo wir mit der Woche haben. Es ist mir tatsächlich so. Und ich glaube, es kam.